Moin Leute und herzlich willkommen. Mein Name ist D-Lock. Wir spielen noch mal mit dem guten Osprey eine Runde. Wir werden im Moment anscheinend eine kleine Glücksträhne haben. Was heißt Glücksträhne? Das ist bis jetzt noch recht ausgeglichen, ne? Aber würde ich behaupten, wir versuchen es mal weiterhin. Das ist auf jeden Fall ein bisschen einfacher. So, dann schauen wir mal, ob wir das ohne Tank schaffen. Ein weiterer Verbündeter, der sich mit leerer Rechtschaffenheit schmeckt. Der Kampf beginnt in 10 Sekunden. 5, 4, 3, 2, 1. Euer wahres Schicksal wird sich offenbaren. Mal gucken, ob wir das hinkriegen. Ich hoffe. Die brennenden Hallen sind auf dem Vormarsch. Mal gucken. No, komm. Oh, der war nicht so clever. Shit. Shit, 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 ich wäre da so rausgekommen, man. Das Böse erhebt sich erneut. Meine Fesseln sind gesprengt. Das Böse erhebt sich. Ich habe das Böse, aber es ist ein Böse. Das Böse erhebt sich. Ah, ich weiß, ich weiß. Moment, treffe ich noch nicht so gut. Noch kaum bin ich zurückgesprungen. Okay, okay, okay. 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 Gut getan. Gleich wird etwas Schlimmes passiert. Wieder keinen getroffen. Ich bin immer knapp dran vorbei, das gibt es doch nicht. Wie ich an allen, ach komm, so kriege ich meine Sex doch nie zusammen. Ich weiß nicht, der ist greedy. Es beginnt. Das ist dein Talent. Es war dir bestimmt, mich zu heilen. Das ist dein Talent für uns. Was ist los, will mir keiner helfen? Wieso hilft mir keiner? Leute, echt? Keine Hilfe. Dann macht ihr da oben den Rest. Vielleicht besser, wenn der Heiler den hat. Das ist eine Aufgabe, die man nicht allein auf sich nehmen sollte. Die Fracht ist bald wieder bereit. Eskortieren sie die Kraft zu ihrem Ziel. Nein, 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 nein. Diesmal nicht, Kollege. Diesmal nicht, Kollege. Keinen Haken. Okay, einer kommt von hinten. Ah, zu kurz. Etwas zu kurz. Die Fracht feuert. Wählt dein Talent. Ich bin unterwegs zu diesem unglaublich interessanten Gebiet. Die Wertschätzung des Hüchten. Der Gegner versteckt sich hier. Hier lauert gefahren. Na, der ist nicht so clever. Grenzenlose Niedokrant. Ja. Ja, labt euch an euren Feinden. Daran könnte ich mich gewöhnen. Wieso steppe ich dann da raus? Was? Die brennenden Hallen sind auf dem Korn. Die Wertschätzung des Höchsten ist ja gewiss. Ich muss unbedingt mehr Helden-Damage machen. Das ist eine Aufgabe, die man nicht allein auf sich nehmen sollte. Es beginnt. Es beginnt. Der Gegner weiß noch nicht. Das ist eine Aufgabe, wenn nicht erneut angefordert. Okay. Das Licht beschützt euch. Die brennenden Hallen. Unser Gegner deckt. Bam. Eskortieren Sie die Fracht zu Ihrem Ziel. Bleibt wachsam. Das ist eine Aufgabe, die man nicht allein auf sich nehmen sollte. Naja, komm mal, komm mal, komm mal, komm mal, komm mal, komm mal. Die Frachtfeuer hat so gut. Das kriegt er doch aber leider hin. Nein, er wird zu spät geschossen. Ich bin unterwegs zu diesem unglaublich interessant. Du hast deine Zichtgase. Naja, laut sich richtig Stacks. Okay. Trink ich den? Jawohl. Das war wieder ein Millimeter zu kurz, Mann. Gibt's doch nicht. Gebet nicht, gebet nicht, gebet nicht. Ich bin nicht allein auf sich nehmen sollte. Zweifelt nicht an euch. Es wäre ratsam, diese Söldner für uns zu gewinnen. Naja, hab ich den jetzt auch daneben gesammelt, oder was? Was macht denn unser Heiler da? Ich mag brennendem Ehrgeiz. Passt auf. Schmeckt die bittersten. Sieht euch eurem Zahn. Nein, wieder etwas zu spät. Oh Gott, versucht er da oben. Ist heftig. Wie sehe ich die missgeborene Brut meiner Tochter. Es verträgen Sie die Frasch zu Ihrem Ziel. Hahaha. Ich mag brennendem Ehrgeiz. Erlaubt mir, euch im Kampf beizustehen. Naja, bin weg. Bin weg. Das ist deine Aufgabe, die man nicht allein auf sich nehmen sollte. Bleib wachsam. Es wäre ratsam, diese Söldner für uns zu gewinnen. Es beginnt. Deine Mitstreiter werden sich von dir abwenden. Ich bin unterwegs. Die Bracht feuert. Ach komm. Meine Fesseln sind gesprengt. Ich brauche doch noch mal einen... einen Steggel. Na, was macht Artanis? Wo kommt er denn hier? Da wollte mich einer hooken. Es wäre ratsam, diese Söldner für uns zu gewinnen. Schlechtes Tiring, was das Zurückfliegen angeht. Das ist ein Steggel. Das ist ein Steggel. Hm. Hm. Die brennenden Hallen sind auf dem Format. Ach komm, wieder etwas zu spät. Eskortieren Sie die Kraft zu Ihrem Ziel. Das Licht beschützt euch. Ganz schön Leute, wir brauchen mal einen. Der so ein bisschen low ist. Dass am besten meine Ult zweimal reinknallt. Ach, hat er mich echt gekriegt. Das Licht beschützt euch. Ja. Es war dir bestimmt nicht zu heilen. Hallo. Hallo. Tätet sie alle. Doppelkirchen. Versucht ihr. Die Macht meiner Arme fließt in meine Arme. Dreifachkirchen. Ja man. Hahaha. Das war dann zum Schluss nochmal richtig gut, Alter. Schon vorbei. Es gibt noch so viele potenzielle Opfer. MVP. Verdient, 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 verdient. Muss man so sagen. Ja, okay. Der hat mich ein paar mal gerettet, ne? Der hat mich ein paar mal gerettet. Ja. Beutetour. Noch eine Beutetour. Das letzte Match hat richtig Spaß gemacht. Oh, viele Duplikate, ne? Noch eine Tour. Oh. Cool. Cool, cool, cool. Ja, das war doch nice. Das war nice. Das war nice. Ja, dann würde ich sagen, war es das erstmal wieder, ne? So langsam kommen unsere Siege in Fahrt. Wenn nicht mehr lange, dann sind wir vielleicht raus aus 5, ne? Wenn es euch gefallen hat, gerne abonnieren. Gern ein Like da lassen. Tipps und Tricks in die Kommentare. Oder sonstiges. Kannst du alles reinschreiben. Dann bin ich erstmal raus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.